Die Anschaffung und Installation der Kepa-Dienstwagen Wallbox ist in der Regel günstiger als die Kombination aus einer gewöhnlichen Ladestation mit separatem, vorgeschaltem Stromzähler. Und mit unseren automatischen Ladereports per E-Mail ist die monatliche Verrechnung zudem äußerst komfortabel. Wer als Dienst- oder Firmenwagen ein Elektroauto benutzt, lädt nicht selten auch zu Hause. Damit das mit der Verrechnung der Stromkosten einwandfrei funktioniert, braucht es entweder einen eigenen Stromzähler für die Ladestation oder eine spezielle Ladestation. Und die bieten wir von Kepa jetzt an. Das ist die P30-Dienstwagen Wallbox. Bei einem Firmenfahrzeug kommt die Firma für die Kosten auf. Auch für die Energiekosten. Bei einem Elektroauto fährt man aber nicht an die Tankstelle und nutzt eine Tankkarte. Man tankt, wenn das Auto sowieso steht. Das ist oft über Nacht. Und dann steht der Dienstwagen bei der Arbeitnehmerin oder beim Arbeitnehmer zu Hause. Die Dienstwagen Wallbox von Kepa macht die exakte Verrechnung des Ladestroms zum Kinderspiel. Unsere Dienstwagen Wallbox hat erstens einen integrierten, mess- und reichrechtskonformen bzw. MED-zertifizierten Energiezähler. Die Messung ist also exakt und belastbar. In Deutschland, Österreich und ganz Europa. Zweitens kann der Zugang beschränkt werden. Nur Nutzer mit einer RFID-Karte können dann laden. Drittens werden die Ladedaten optional automatisch ausgespielt und per E-Mail versandt. Auf Wunsch auch direkt an den Arbeitgeber. Als PDF und als CSV-Datei. So ist die Weiterverarbeitung ganz leicht. Ja, das ist natürlich möglich und führt auch zu keinerlei Konflikt. Gibt es im Haushalt mehrere E-Autos, können die Ladesitzungen über die RFID-Karten unterschiedlichen Nutzerinnen und Nutzern zugeordnet werden. Eine Karte gehört zum Beispiel dem Partner, der privat lädt. Und eine mir, der ich den Geschäftswagen habe. Die Ladesitzungen lassen sich so ganz klar separieren. Eine gemischte Nutzung, privat und dienstlich, ist also kein Problem. Genauso wie eine gemischte Nutzung bei zwei Dienstwagen von unterschiedlichen Firmen. Das spart eine zweite Wallbox. In manchen Fällen übernimmt der Arbeitgeber die Kosten für die Ladestation. Und auch wenn nicht, die Anschaffung und Installation der Kepa-Dienstwagen Wallbox ist in der Regel günstiger als die Kombination aus einer gewöhnlichen Ladestation mit separatem, vorgeschaltem Stromzähler. Und mit unseren automatischen Ladereports per E-Mail ist die monatliche Verrechnung zudem äußerst komfortabel. Besser geht's nicht. Klar, integrierter und geeinigter Energiezähler, entweder ME-konform für Deutschland und Österreich oder MID-konform für die Schweiz und den Rest Europas. Automatischer Ladereport per E-Mail für eine einfache Verrechnung. Und klare Zuordnung der Ladesessions durch RFID-Identifikation. Musik 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 Musik